So, jetzt werden wir mal direkt trainieren mit dem. Mal gucken, wie er sich hier hält. Also eben brauchte ich eine Phoenix-Feder. Das war dann nicht so erfreulich, aber hier sind wir natürlich weit am Anfang. Hier sollte es viel, viel leichter sein. Und die sind ja eigentlich schon fortgeschrittener mit dem. Das Ganze müssen wir dann nochmal mit Magier-Typen machen. Oh, eine Karte ist sehr schön. Ja, auch gerade viele Karten und alles verbraucht. Jetzt brauchen wir noch natürlich ein paar neue. Also ich finde die Schuhe ja schick. Da fühle ich mich, als wäre ich Hermes oder so. So, mit Federn an den Seiten. Oh, das Flügel schon ein Ganze, ne? Also das ist schon interessant, der Look. Wunderbar. Das war ne gute, schnelle Runde. Wunderbar. Das war ne gute, schnelle Runde. Also wir brauchten hier 40, da haben wir 15 und hier brauchen wir auch 40. Okay. Wenn wir Glück haben, haben wir eben halt mehr Runden. Hier sind es jetzt wieder vier. Pro Runde so zwei Gegner, das wären schon acht. Das ist doch im Schnitt schon ne gute Sache. Oder sogar drei. Siehste, haben wir gleich fünf. Da haben wir schon 20. Haben wir schon die Hälfte. Das geht doch flott. Okay, jetzt haben wir zum Beispiel nur einen. Für noch 19. Und ne Karte bekommen sehr schön. Und dann sind es noch 18, die wir brauchen. so. Ah, dachte was ich. Na und auf in den nächsten Kampf, wieder zwei Gegner, wunderbar. Drei Gegner, mhm. Drei schnelle Gegner, also das war wirklich überraschend schnell. Jetzt der pörnige Typ, der mit den Pörnern und der riesen Axt, die sehr schwer über uns aussieht. Oh, und er hat mir sogar eine Karte gegeben. Oh, das ist aber großzügig. Dankeschön. Sehr nett von dir. Danke. So, ich würde sagen, das war eine schnelle Runde. Na komm. Ich brauche ein bisschen länger zum Laden, habe ich das Gefühl. Zack, da ist sie schon wieder aufgestiegen, Schockschaden und Leben hoch. Sehr schön. Das Gute ist, die beiden anderen, die leveln sich mit, die bleiben aber, weil der eine eben halt für Leben mit zuständig ist und der andere eben halt für Schaden. So. Jetzt gehen wir nochmal in die Talente. Ich glaube nämlich, wir haben gerade was freigeschaltet, äh, zum Freischalten. So, jetzt ist die Frage, wollen wir Jäger werden? Oh, da versuchen wir es einfach so, weil eigentlich will ich nicht noch einen freischalten. Eigentlich würde ich gar, ja. Weitläufe, ja. Wir bleiben so. Komm, wir bleiben so. Wir müssen ja eigentlich nur trainieren, dann läuft das ja auch. Wir müssen ja nur die Karten eben halt ein bisschen hochkriegen, damit die gut sind. Weil die mehr Faden und sowas alles machen mit den Attacken. Die Schuhe irgendwie passen überhaupt nicht dazu. Die sehen viel zu verrückt aus. Die sieht wie ein Clown irgendwie aus. Nicht wirklich wie ein Waldläufer. Eine Karte! Juhu! Endlich! So, wir sind wieder beim letzten Gegner angekommen. Ach ja, war das schön damals. Also eben, wo ich den eben schon gelegt habe und davor auch schon mal. Das wird noch öfters passieren. So. Danach noch einmal und dann gucken wir mal, wie weit wir sind mit den Kills. So. Rein in den Kampf. Zweite Runde, erste Karte. Jetzt hoffe ich mal, dass ich trotzdem noch ein paar Karten abstaufe. Auch gleich mit dem Magielehrling. Das wäre echt schön. So. So, wieder mal den. Den haben wir vor gefühlt zwei Minuten erst gelegt. Ich glaube, wann hat das ich? Nur zwei Minuten. Ich glaube, länger war das gar nicht her. Na, ich habe ihn schon besiegt. Ich habe ihn schon besiegt. Und nochmal Angriffsschaden erhöht. Und ein bisschen Leben gekriegt. Sehr schön. So, gucken wir doch mal. Freischalten können wir. Schöne Sache. So, jetzt müssen wir mit dem Magiegang weitermachen. Dann wechseln wir jetzt zu dem. So. Gucken wir direkt nach den Talenten. Hier können wir was freischalten. Auch hier investieren wir ein. Hauen uns nochmal ein bisschen Leben rein. Erhöhen die Waffe mal. Gut, nehmen doch einmal Feuer hier. Das machen wir noch ausnahmsweise. Das. Das. Und hier von nochmal über 4000 können wir auch nochmal reinhauen. Und Ultima können wir auch nochmal reinhauen. Von denen habe ich eigentlich nicht so viel. Ja, das reicht. So, das ist verbessert. Job erweitert. Sehr schön. So, um. Die Karte kann ich nicht nehmen. Das wäre aber jetzt echt gemein. Aber ich könnte die nehmen. Dann halten die wir beide auch mal bei einfach, damit die für die andere geskillt werden. Dann gucke ich doch mal. Was hat der für ein... Wie sieht der denn aus? Der sieht ja irgendwie wie von Oz aus, ey. So irgendein Typ. Das ist eine Blechdose oder irgendwas. Die Hose finde ich furchtbar. Die finde ich richtig schön. Aber die Schuhe finde ich Hammer. Oh, ich habe gar nicht aufgepasst, wie gut der jetzt hier kämpft jetzt. Muss ich doch mal genauer hingucken. Weil wenn er unsere da riesen Probleme oder so hat, dann haben wir ja auch ein Problem dann später. So. Okay. Hui! Versiegt. Nur eine Karte, aber das ist besser als keine. Extra-Talent freigeschaltet. Schockausbeuter. Erhöht Schaden des Schwäche-Element um 25% bei Schock. Schön! Spannende. 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 Ja, ich habe gerade genießt. Entschuldigung. Ähm. Hm. Also Schaden macht er. Also... Ja. Läuft ganz gut. Aber ich denke mal, diese Folge werden wir nicht mit dem Magier fertig mit den 40 Kills. Ich glaube, da müssen wir drei, vier Mal noch da angreifen. Fünf Mal. Vielleicht. Ja, aber das kriegen wir hin. Sie sind doch ja auf jeden Fall schaffbar. Und das ist der Vorteil daran. Und die Karten gehen ja auch noch hoch. Und die können wir dann für beide benutzen. Und dann kriegen wir das hin. Und dann sehen wir mal den Stock aus wie ein Gehstock. Da, einfach direkt weiter hier. Zack. Juhu. Schon eine Karte. Die erste Runde geht ja wahnsinnig schnell, ne? Also... Das ist wirklich der Wahnsinn. Noch eine Karte. Wow. Ja, besiegt auf in die letzte Runde. Ich hab das Gefühl, hier schneller als der Ma... äh, hier als der Weidläufer. Das ist... ...ja... ...juhu... Nicht schlecht. Ja... Ja... ...ja... ...juhu... Warte mal, habe ich fusionieren dann geklickt, oder? Ja, okay. Ah, wo ist denn meine? Die da? Ob hier vielleicht jetzt irgendjemand eine Fertigkeit für sie hat? Nö. Okay, was ist mit der anderen? Ich denke mit der hier auch nicht. Ah, Erfolgschancen unter einer Hälfte. Ah. Ah, wieder Mist gebaut. Das übliche. Ihr kennt das ja. Und dann wollte ich noch mit der anderen hier gucken. Warte. Mit der. 60 Prozent müsste ja eigentlich reichen, oder? Komm schon. Oh, ich habe so viel Pech. Das gibt es doch nicht. Erfolgschancen, bitte, 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 bitte. Verbindungsfehler? Verbindungsfehler? Ja, natürlich kostet sie ja auch hier Pulsionskosten hier, äh, Gil, aber... Ja, ich kann auch nicht abbrechen, ihr Vögel. Gut, ich werde das Spiel jetzt mal unterbrechen. Bis später. Bis später. Bis später. Okay.